Du möchtest Online-Geld verdienen und zwar mit Pinterest, mit einem einzigen Pin, bis zu 150 Euro oder sogar noch viel mehr. Wie das funktioniert als Komplettanleitung, als absoluter Anfänger, das verrate ich dir jetzt hier. Hallo, hier der Steve von Geniale Geld Ideen. Heute mit einer kompletten Strategie, wie du es schaffst, Online-Geld zu verdienen und zwar 150 Euro oder sogar noch viel, viel mehr mit nur einem einzigen Pin bei Pinterest. Und das selbst als absoluter Anfänger, wenn du noch überhaupt keine Erfahrung hast. Wie das funktioniert, das erfährst du Schritt für Schritt. Also bleib auf jeden Fall dran, denn ich werde dir am Ende sogar zeigen, wie du mit Pinterest, obwohl du nicht tausende von Followern hast, in der Lage bist, deine Einnahmen zu steigern und eine Zielgruppe zu erreichen, ohne auch nur einen Cent für Anzeigen oder ähnliches zu investieren. Also, du startest mit Null Kapital, ohne Erfahrung und wenn du die Viertelstunde, die das ungefähr dauerte, dran bleibst, dann weißt du genau, wie du reich werden kannst mit Pinterest. Also, los geht's. Wenn du übrigens Interesse daran hast, Online-Geld zu verdienen und smart zu investieren, dann schau gerne auf meine anderen Videos hier auf diesem Kanal. Und natürlich würde ich mich dabei sehr, sehr über ein Like und natürlich auch über ein Abo freuen. Also, einfach Schritt für Schritt nachvollziehen, was ich dir heute zu sagen habe und du wirst erkennen, wie einfach es sein kann, Online-Geld zu verdienen. So, wir beginnen und wir brauchen erstmal etwas, womit wir Geld verdienen können. In der Regel müssen wir etwas verkaufen. Wenn du selber kein eigenes Produkt hast, dann bietet es sich an, ein Produkt von einem anderen Menschen zu verkaufen und das machen wir über eine Affiliate-Plattform. In diesem Fall empfehle ich Digistore24, da habe ich auch des Öfteren schon mal etwas drüber erzählt. Du kannst dich hier kostenfrei registrieren und kannst dann die Produkte anderer Menschen verkaufen und dafür bekommst du eine Provision als sogenannter Affiliate. Und wenn du das einmal getan hast, dann hast du oben hier Zugriff auf den Marktplatz. Und da gibt es unzählige Programme, Online-Kurse, Bücher, alles Mögliche. Das kannst du verkaufen und dafür bekommst du einen bestimmten Anteil. Und nur als Beispiel für diese Präsentation und für diese Idee, Online-Geld zu verdienen, nehmen wir mal die Branche, die immer funktioniert. Das ist die Fitnessbranche. Eine von vielen Branchen oder Nischen, die immer sehr, sehr gut funktioniert. Du kannst natürlich etwas anderes nehmen, wo du dich auskennst, wo du gute Programme bei Digistore oder einem anderen Anbieter findest. Nur fürs Beispiel, damit du das einfach nachvollziehen kannst, nehmen wir mal den Bereich Fitness. Und wenn ich hier Fitness eingebe, dann gibt es hier eine ganze Menge an Programmen und Angeboten. Zum Beispiel die Female Fitness Fibel. Und da würdest du, wenn du dieses Buch verkaufst, eine Provision von 5 Euro bekommen. Aber es gibt natürlich noch ganz andere Produkte, wie hier zum Beispiel die Fitness Fibel 2.0. Das ist auch ein festes Buch. Das kannst du auch promoten, dann bekommst du 5 Euro. Und da gibt es unterschiedlichste Fitnessprogramme und auch weitere Dinge, die auch ein bisschen hochwertiger sind. Hier zum Beispiel bei dem 12 Wochen FSH Fitness Coaching kriegst du eine Provision von 40 Prozent, wenn du das verkaufst. Und 156,51 Euro, wenn du erfolgreich jemanden dazu bringst, dieses Coaching zu buchen. Also 150 Euro mit einem einzigen Verkauf ist doch gar nicht so schlecht. Und genau das wollen wir machen über Pinterest. Und zwar sogar mit einem sehr, sehr coolen Pin mit Video. Und das ist etwas, was normalerweise sehr, sehr aufwendig ist. Und ich zeige dir gleich komplett von A bis Z, wie du einen Videopin erstellst, wie du dich da registrierst, wie du einen Videopin aufsetzt und wie du es schaffst, deinen Code, den du hier bekommst, als Affiliate-Link dort zu platzieren, sodass du quasi automatisch Geld verdienen kannst mit Pinterest. Also du würdest dann zum Beispiel dieses Produkt hier auswählen, das 12 Wochen Fitness Coaching, gehst auf jetzt promoten und bekommst dann einen Link zur Verfügung gestellt mit deinen Spezifikationen. Das heißt, jeder, der auf diesen Link klickt und dann dieses Produkt kauft, der hat dann dieses Produkt und du hast dann entsprechend diese Provision dafür erhalten. Also du merkst ja diesen Link, den du hast, kannst auch noch weitere Produkte zusammensuchen, wie zum Beispiel gerade hier dieses Buch, die Fitness Fibel für 5 Euro für jedes verkaufte Buch jetzt promoten. Hast dann jetzt zwei Links, die du dir einfach mal notierst und dann geht es weiter zum Schritt Nummer 2. Also bleib auf jeden Fall dabei, denn jetzt wird es richtig interessant. Jetzt hast du diese beiden Links und jedes Mal, wenn jemand auf diesen Link klickt, dann würdest du, wenn er dieses Produkt dann kauft, die entsprechende Provision bekommen. Und weil es jetzt blöd wäre, Links einzeln irgendwem zu schicken, kannst du so viele Links, wie du willst, bundlen sozusagen auf einer Online-Plattform und das ist die Plattform Linktree. Linktree ermöglicht es dir, eine quasi Landingpage zu machen, wo du unterschiedlichste Links platzieren kannst. So sieht das eigentlich aus, der einzige Link, den du jemals brauchst und hier hast du dann die entsprechenden Links zum Beispiel zu deinem YouTube-Kanal, zu deinem ersten Affiliate-Link, zu deinem zweiten Affiliate-Link und so weiter. Und kannst das auch nach deinem Namen, je nachdem, was du da haben willst, einen Telling-Name dann auswählen, benennen. Und der ganze Spaß kostet in der Basis-Version gar nichts. Wenn du eingeloggt bist, das sieht dann so aus. Ich habe hier schon als Namen einfach mal Fitness-Update eingegeben. Wir wollen ja Fitness-Produkte bewerben und das ist dann automatisch auch diese kostenlose URL, dieser Link, den du dann bekommst. Wie machst du das? Du gehst hier auf Add New Link. Dann kannst du hier einen Namen eingeben. Zum Beispiel, wir hatten gerade die Fitness-Fibel. Und dann die Website, die Daniel Patch, hier kopierst du dann ganz einfach deinen Link rein. Ich habe den jetzt gerade nicht kopiert, sondern nehme einfach mal einen Test-Link als YouTube. So, das heißt, dieser Link würde jetzt dann auf deine Affiliate-URL gehen und aussehen würde das Ganze so. Da steht dann Fitness-Fibel. Dann kannst du noch einen zweiten Link machen. Da hatten wir gerade dieses Fitness-Coaching. Und da setzt du dann auch die entsprechende URL ein. Und schon hast du hier schon zwei Links. Und du kannst so viele machen, wie du willst. Und alles, was du brauchst, ist diese eine URL. Die kannst du dann hier teilen. Ich kopiere die jetzt schon mal in meine Zwischenablage rein. Und jeder, der auf diesen Link klickt, der sieht dann gleich diese Links. Und wenn er darauf klickt, bekommt er die Informationen rund um das Fitness-Coaching und um die Fitness-Fibel und alle anderen Affiliate-Links, die du so vorbereitet hast. Das ist eine super spannende Plattform. Heißt Linktree. Link-tr.ee. Wenn du das noch nicht kennst, das ist... Alleine das ist den Preis des nicht kostenpflichtigen Videos, das du hier gerade siehst, wert. Also Linktree. Jetzt hast du deine Plattform. Die kannst du teilen mit anderen Leuten, die fitnessbegeistert sind und deine Verkaufsdinge promoten. Wie machen wir das? Indem wir jetzt endlich nach Pinterest gehen. Das ist der Schritt Nr. 3. Und bei Pinterest musst du, und das ist wichtig, denn wir wollen ja ein Video, was cool aussieht und aus der Masse der tausenden Millionen von Pins heraussticht, gestalten, musst du eine Unternehmensseite erstellen. Das kostet nichts. Das kannst du einfach so machen. Also keinen normalen privaten Account, sondern einen Unternehmensaccount. Und dann kannst du, wenn du das hast, dein entsprechendes Foto da reinpacken, in das Profil, das Profil bearbeiten, einen Namen eingeben, einen Benutzernamen eingeben, etwas über dich schreiben und dann hier die Website-URL reinsetzen. Und das ist die URL für Linktree, diesen Fitness-Update. Diese Fitness-Update-Seite, die wird gerade zusammen erstellt haben. Und alles Weitere kannst du dann auch noch entsprechend einfügen, wenn du möchtest. Und schon bist du fertig. Und das bedeutet, wenn du jetzt hier dein eigenes Profil mal anschaust, dann siehst du, es ist alles soweit vorbereitet. Du kannst dein Bild hier einbauen und du hast hier direkt die URL, wenn jemand da draufklickt, also dein Account, dein Profilbild ansieht bei Pinterest, dann kommt er direkt hier auf diesen Link und kann dann sich sofort informieren über deine Affiliate-Links. So einfach funktioniert das Ganze. Die Frage ist jetzt, wie kriegst du überhaupt Menschen dazu, diesen Link überhaupt zu sehen und anzuklicken? Dafür erstellen wir erstmal einen Pin. Und das kannst du machen im Unternehmens-Account oben über erstellen, Pin erstellen. Du kannst auch eine Anzeige erstellen. Das heißt, wenn du irgendwann angefangen hast, Geld zu verdienen, kannst du hier auch Anzeigen erstellen und deine Pins promoten und so richtig, richtig skalieren. Aber wir sind Anfänger. Wir beginnen mit Pin erstellen. Und hier kannst du jetzt Videos oder Bilder reinklicken. Wie gesagt, das geht nur, wenn du einen Business-Account hast. Wie können wir das jetzt machen und was sollen wir dazu tun? Wir können erstmal schauen, wo kriegen wir das her. Und wir brauchen kostenfrei Videos aus dem Fitness-Bereich. Und das findest du beispielsweise hier bei Pexels. Pexels ist eine Webseite, wo du kostenlose Fotos und Videos kriegst, die du auch nutzen kannst, die du auch geschäftsmäßig kostenfrei nutzen kannst. Und wenn du jetzt hier eingibst, Fitness beispielsweise, und wir suchen allerdings Videos, dann gehe ich hier in die Video-Auswahl und gebe dann hier Fitness ein und suche danach. Dann gibt es hier eine ganze Menge an Videos, die schon verfügbar sind. Kann man sich irgendwas Nettes aussuchen. Zum Beispiel hier diese junge Dame, die einfach ein paar Liegestütze macht. Und du siehst, du kannst es wirklich anklicken, angucken. Und hier steht, es ist eine kostenlose Nutzung. Geht einfach nur oben auf kostenloser Download. Wir laden das mal eben runter. Schwupps. Und das war es auch schon. Und schon ist dieses Video runtergeladen. Und das können wir ganz einfach jetzt bei Pinterest entsprechend hier hochladen. Ich kann es ganz einfach aus meinen Downloads hier rüberziehen. Und schon ist das Video drin. So einfach ist das. Kann ich einen Titel hinzufügen. So beispielsweise erzählen, worum es geht. Ein paar weitere Informationen machen. Und hier kann ich direkt einen Ziellink hinzufügen. Und da kopiere ich ganz einfach wieder meinen Fitness-Update-Link rein. Dann gehe ich auf Veröffentlichen. Und schon habe ich meinen ersten Pin erstellt. Und da ich aber noch keine Pinnwand habe, würde ich einfach hier noch mal schnell eine Pinnwand erstellen. Zum Beispiel Fitness-Ideen. Dann wird das Ding erstellt. Und dann kann ich dieses coole Video, was ich mal eben kostenfrei runtergeladen habe, veröffentlichen. Das war es schon. Du kannst ihn jetzt bewerben, weil du einen Business-Account hast. Machen wir aber nicht, denn wir machen es viel, viel besser. Wir können uns den Pin mal anzeigen, wie der jetzt aussieht. So sieht er aus. Fitness-Tipps. Und hier ist der Link, den du dann besuchen kannst. So, wie gehen wir jetzt weiter vor, um tatsächlich Traffic auf deine Seite zu bekommen? Ganz einfach über die Suchfunktion. Und das ist das große Geheimnis bei dieser Aktion. Du suchst jetzt hier beispielsweise nach Fitness. Und dann gibt es jetzt gleich viele Möglichkeiten für Fitness-Training. Bei Fitness-Training Frauen könnte man ja sich darauf fokussieren. Weil hier auch eine Dame in unserem kleinen Pin ist, den wir gemacht haben. Also Fitness-Training Frauen. Und dann haben wir hier Unmengen an möglichen Pins. Und dann gucken wir einfach mal hier drauf. Klickst du irgendeinen Beliebigen an und dann siehst du, wer das ist. Das ist WeGoWild. Und da siehst du auch, diese Mensch hat gleich 52.000 Follower. Gar nicht so schlecht, oder? Da gucken wir uns mal das Profil an. Und wenn du hier auf die Follower klickst, das sind ja alles Menschen, die grundsätzlich, auch passenderweise so ziemlich alles Frauen, Interesse an Fitness für Frauen. Und das Einzige, was du jetzt noch tun musst, ist, alle diesen Menschen zu folgen. Folgen, 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 folgen. Diese ganze Liste und so weiter und so weiter. Weil das Coole ist, wenn sie das merken, kriegen sie eine Benachrichtigung. Und dann werden sie auch bei dir auf den Account gucken. Und wenn die sehen, da sind auch ganz coole Fitness-Tricks und Fitness-Tipps, dann werden sie dir zurückfolgen. Und natürlich auch entweder auf den Link in deinen Pins klicken oder auf den Link in deinem Account. Und das ist das Einfache und Coole, was du machen kannst, um quasi von 0 auf 100 Traffic für deine Pinterest-Pins zu erzeugen. und sofort loszulegen, damit online Geld zu verdienen. Mit diesem kleinen Link hier. Und zwar, wie ihr gesehen habt, gibt es gerade zum Beispiel 150 Euro oder sogar noch viel, viel mehr. So einfach funktioniert der Einstieg ins Marketing und ins Geldverdienen online mit Pinterest. Wenn du jetzt sagst, das ist mir zu kompliziert oder das ist nicht so meine Plattform, auf der ich unterwegs bin, dann empfehle ich dir das Video, was ich hier rechts oben nochmal in der Infokarte verlinkt habe. Da erkläre ich dir, wie du mit Instagram 500 Euro pro Tag als Komplettanleitung, als kompletter Anfänger verdienen kannst. Also, vielleicht schaust du einfach mal rein. Und das war es schon wieder für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass gerne einen Like da und abonniere meinen Kanal. Und empfehle mich gerne auch allen anderen in deinem Bekannten- und Verwandtenkreis, die Lust darauf haben, smart zu investieren und im Internet online Geld zu verdienen. Wenn du auf die Glocke klickst, dann verpasst du auch zukünftig keine neuen Videos mehr hier auf diesem Kanal. Das war es für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Der Steve von Geniale Geldideen. Der Steve von Geniale Geldideen.